Was sagst du denn zum Thema Closing? Bei den Immobilienmaklern ist es ja so, dass die häufig ein Thema haben, einfach mit dem Begriff Verkaufen. Was ist Verkaufen? Wie gehe ich damit um? Warum eigentlich? Warum haben die Menschen da draußen auf das Thema Verkaufen so einen riesen Trigger? Das ist eine gute Frage. Das ist gar nicht so einfach, weil es ist ja wirklich so, dass dieser Verkäufer, ist ja schon fast so die Beleidigung, 2023, so wie das neue Arschloch, du bist Verkäufer. Aber nicht nur 2023, das ist eigentlich schon immer so. Ja, also gerade wenn man wirklich zum Beispiel jetzt im Direktmarketing in der Kalterquise Gas gibt zum Beispiel und dann so, ja was wollen sie mir jetzt verkaufen? Also richtig einfach abwerten, du dummer Verkäufer. Das ist, also wo kommt das her? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube natürlich schon unter anderem, weil viele Leute schon mal negative Erfahrungen gemacht haben. So mit Bedrängen, sich bedrängt fühlen? Genau, aber das liegt ja nicht daran, dass der, also klar auch teilweise, dass die Verkäufer halt ihr Handwerk nicht beherrschen, das ist auf jeden Fall auch ein Punkt natürlich, aber dass die Leute sich selber einfach auch nicht konfrontieren können. Weil wenn man bedrängt wird, dann lässt man sich ja bedrängen und dann frage ich mich, okay, du musst dich doch ausdrücken können und dich erklären können in der Situation, um zu sagen, was du gerade denkst, was du gerade fühlst, damit dein Gegenüber auch Bescheid weiß und weiß, wie er damit umgehen kann. Ja, ich weiß total, was du meinst. Es ist ja immer einfacher, die Dinge, ich sag mal, ich nenne es mal anschauen zu können, konfrontieren zu können, die man kann, wo man sich mit auskennt. Aber alles das, wo man sich nicht mit auskennt. Ja, klar, das triggert einen natürlich, weil man es selber nicht kann. Da haben die Leute halt dann wenig Bock drauf, ne? Ja, 100%. Absolut, ne? 100%, also das ist mal das eine. Und halt, wie gesagt, negative Erfahrungen und dann halt pauschalisieren, ne? Jeder ist gleich. Also jeder, der jetzt was verkauft, ist genauso scheiße wie der, wo ich mal schlechte Erfahrungen gemacht habe. Okay, so verallgemeinern. Komplette Verallgemeinerung, ja. Was natürlich gar nichts mit dem Verkäufer in dem Moment dann zu tun hat. 0%. Ja gut, das ist ja, also verallgemeinern ist ja grundsätzlich mal keine gute Eigenschaft von Menschen, ne? Absolut nicht. Also generell, ne? Wenn Leute so verallgemeinern und nicht differenzieren können, ist das halt schon mal per se. Falsch. Jetzt wollen wir das nicht auch verallgemeinern, aber am Ende des Tages. Ja, aber es ist falsch. Es ist halt falsch. Es ist halt nicht cool, ne? Ja. Weil, stell dir mal vor, du hast jetzt einen am Telefon oder du hast jetzt einen Menschen, der dir den entscheidenden Tipp gibt, um ein Thema zu lösen, ja? So, und man darf ja nicht vergessen, wir lassen uns ja auch Dinge verkaufen. Es ist ja nicht nur so, dass wir anderen etwas verkaufen, unsere Coachings, sondern wir lassen uns ja auch Dinge verkaufen, ne? Ja, ja. Wir haben ja auch Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Und wo wir auch sehr viel Geld auch ausgeben. Genau, wo wir sehr viel Geld ausgeben, auch für eigenes Coaching. Also wir lassen uns ja auch weiterentwickeln und stellen uns unseren eigenen Herausforderungen. Also da gebe ich dir recht. Das hat sehr viel mit dem Konfrontieren zu tun, ganz klar. Aber ist es nicht auch so ein bisschen die Art und Weise, also dieses so typische Verkäufergeschwätz, nenne ich es jetzt mal, so dieses auch verkäuferische Dilettanten, so nenne ich es jetzt mal? Ja, natürlich auch, weil die Leute halt, also das ist so ein Mythos, der so im klassischen Verkauf da draußen, ja, du musst in der Lage sein, richtig auf den Kunden einzugehen und so. Also ja, das stimmt ja zum Teil natürlich schon, aber das bedeutet nicht, dass du bei jedem deiner Gespräche eine individuelle Strategie brauchst. So, und ich glaube, das ist einer der größten Fehlgedanke, weil ich glaube, das, was dem, oder ich sage immer, ich glaube, ja, weil man eben nicht pauschalisieren will, aber am Ende, ich weiß, dass das größte Problem der Masse der Verkäufer ist, dass sie halt kein System dabei haben. Dass sie kein klares System haben, wie es gemacht wird vom Gesprächaufbau und natürlich, wenn dann Einwände, Vorwände und wenn du dann, musst du natürlich auf die Situation des Gegenübers individuell eingehen, aber das ist ja eine andere Sache als immer eine individuelle Strategie, dir gerade in dem Moment zusammen zu kleistern, weil du denkst, das ist jetzt richtig. Also ich sehe es ja bei unserem Einkaufssystem und natürlich kannst du das auch auf 300 verschiedene Varianten und Möglichkeiten, Methoden machen. Der Punkt ist aber, ich habe es halt bewiesen, dass der Leitfaden, den ich entwickelt habe, dass der funktioniert und dass ich den auch sozusagen weitergeben kann an Hunderte und Tausende andere und die das, mit entsprechender Schulung natürlich, umsetzen können, dass es funktioniert. Was ist denn deiner Meinung nach, was ist denn deiner Meinung nach das, was ein guter Verkäufer haben muss, was der können muss? Oder was sind, ich lasse mich noch ein bisschen nachhaken, was, wenn du mal ganz individuell aus deiner eigenen Betrachtung, weil du hast ja genau wie ich auch Phasen gehabt, da hat es super geklappt und dann hatten wir aber auch mal Phasen, wo das dann mal irgendwie nicht so richtig klappt. So, wo ist denn da der Unterschied? Also erstmal, du brauchst ein ganz bestimmtes Mindset dazu. Du brauchst eine ganz bestimmte Einstellung, um erfolgreich verkaufen zu können. Die wäre? Die Einstellung, die du brauchst, ist nicht deinem Gegenüber zwanghaft was verkaufen zu wollen, sondern die Einstellung, die du haben musst, ist wahrhaftig herauszufinden, was das Problem, was die Situation dieses Menschen ist, ihm wirklich helfen zu wollen und dadurch den Verkauf zu generieren. Ist das denn nicht im ersten Schritt? Also ich würde das jetzt so definieren und sagen, ich brauche erstmal wirklich ernsthaftes Interesse an der Person, die vor mir sitzt. 100 Prozent. Oder? Ja. Weil das, was du sagst, ist natürlich jetzt nicht richtig. Das ist aber auch das Schwerste, was zu lernen ist, finde ich. Also aus meiner Erfahrung, das ist das Schwerste, was du lernen musst, nicht eben auf den Verkauf an sich zu gehen, sondern den Weg dahin zu verändern. Also wirklich das Interesse an den Menschen und den Willen, diesen Menschen helfen zu wollen, um dadurch diesen Verkauf zu erzielen. Absolut, absolut. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, du brauchst ein klares System. Und ich sage dir, wenn du nur einen Baustein von diesem System rauslässt, das funktioniert nicht mehr. Ja, das kann ich nur bestätigen. Also es baut wirklich aufeinander auf und vom Vorgehen, die Reihenfolge ist sehr entscheidend. Also du brauchst einen klaren Leitfaden, also in Form eines Systems mit klarem Leitfaden. Und entsprechend, was passiert dann? Also was machst du, wenn das, dies, jenes passiert? Zu 100 Prozent. Okay. Und was noch? Also du musst natürlich in der Lage sein, das Gespräch auch zu führen. Punkt Nummer eins. Und natürlich dann auch, dich nicht triggern zu lassen. Weil das passiert natürlich immer wieder. Okay, lass uns mal über die Trigger sprechen. Weil die Trigger, die sind ja wirklich triggerhaft groß. Ich würde jetzt einfach mal ein Beispiel für einen Trigger nennen, den halt jeder Makler kennt. Ja, dass man einfach, wenn der Eigentümer sagt, ich will 700.000 Euro für mein Haus, obwohl du schon weißt, das geht nur für, das geht nicht. Also du weißt, das ist maximal 500. Das reicht schon. Der Kunde sagt, ja, ich habe, auf jeden Fall will ich 700. Das reicht schon. Diese eine Aussage sorgt schon dafür, dass du in dir selber solche Wallungen erzeugst, ja, dass du gar nicht mehr rational in der Lage bist, wirklich in diese Hilfeposition reinzugehen, ja, zu sagen, okay, ich bleibe ganz, also ich will wirklich herausfinden, okay, was hat es damit auf sich, warum will der die 700.000, ja, was ist konkret seine Situation? Du bist aber eigentlich schon in der körperlichen Reaktion, in der eigenen, ne? Ja, ja, du bist total, ne? Und dann gehst du in so einen Argumentationsverkauf über, ja, aber, 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 so ein Pingpong. Und das, das ist ja etwas, was schon fast in Thema Rechtfertigung reingeht, ne? Absolut. Also irgendwas zu rechtfertigen, irgendwas sich zurechtzulegen, ne? Und dann fängst du an, wie, ja, du hast das mal, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, so dieses Rudern, ne? Du ruderst dann zurück. Du fängst richtig an zu rudern, ne? Am Ende des Tages. Und irgendwann ruderst du auch zurück, das heißt, du verlässt deine Position, die du ursprünglich eigentlich mal eingenommen hast, so. Und das ist halt so ein Punkt, du musst halt auch deinen Standpunkt beibehalten. Also stehen bleiben. Ja, ja. Warum? Weil du hast ja einen Status in dem Gespräch. Jeder hat ja einen Status, ja? Ist ja auch genauso, wie wenn du beispielsweise mit jetzt einem Ehepaar, Eigentümer-Ehepaar, einen Mann und eine Frau. So, dann gibt's ja, hat jede Person ja in dem Gespräch einen Status, ja? Einer von den beiden wird auf jeden Fall die dominantere Rolle einnehmen, ja? Zum Beispiel mehr das Wort nehmen oder mehr Fragen stellen oder extra skeptischer sein zu wollen, ja? So, und du musst halt rausfinden, wie, was ist der Status? Und du musst auch deinen eigenen Status, in dem Fall den Expertenstatus, einnehmen und beibehalten können. Okay? Und davon auch nicht abweichen. Weil in dem Moment, wo du danach gibst und individuelle Lösungen bereit bist einzugehen, funktioniert's nicht mehr. Aber jetzt zum Thema Standpunkt. Beim Thema Standpunkt passiert ja schnell, dass man so unflexibel wird, ja? Also, wenn man nicht gut trainiert ist, wenn man nicht gut ausgebildet ist in diesem Bereich, dann stelle ich fest und habe beobachtet, dass dann Leute so staxig, weißt du, so verkrampft werden, ja? Und eben versuchen irgendwie vehement ihren Standpunkt zu vertreten. Das wirkt aber natürlich dann schon wie so eine Art Sturheit, weißt du, und so Verbissenheit. Das hat ja aber was mit Fähigkeiten zu tun, einfach mit Skills, ja? Das hat ja was mit Skills zu tun, wie du dann mit den Situationen umgehst. Ja. Erzähl doch mal, hast du mal ein Beispiel? Hast du mal Beispielfragen, die du jetzt zum Beispiel einem Verkäufer stellen würdest, wenn der jetzt eben diese 700 hat und du hast eigentlich schon so im Hinterkopf, das wird aufgaben? Ja, erst mal warum. Ja, warum? Also, einfach mal warum. Warum? Das machen ja auch schon die wenigsten, weil sie ja Angst vor der Reaktion haben. Das ist ja auch ein Riesenthema, was viele Verkäufer haben. Sie stellen bestimmte Fragen oder sagen bestimmte Sachen nicht, weil sie Angst vor der Reaktion haben. Was kommt jetzt zurück? Was ist denn das letztendlich? So dieses, ich meine, wir haben ja bei uns auch so Sachen, wie die Verantwortung eines Verkäufers oder also die Verantwortung, die man selber hat oder wo man seine Position verlässt. Wie würdest du das denn bezeichnen? Ja, also in dem Moment, also was du ja meinst letztendlich oder was wir ja haben ist, in dem Moment, wo du dich ja triggern lässt zum Beispiel jetzt, ne? Lässt dich triggern vom Verkäufer, weil der sagt 700.000, du weißt, ist nicht machbar. In dem Moment verlässt du oder verrätst du ja eigentlich dich selber, deine Position, warum du das Ganze machst und zwar, weil du dem Menschen ja helfen kannst. Das heißt, mal angenommen, Ehepaar versuchen seit einem Jahr ihr Haus privat zu verkaufen, haben es seit einem Jahr nicht hinbekommen, haben aber große Geldprobleme, haben jetzt das Gespräch mit dem Makler und die sagen jetzt, wir wollen und brauchen 700. In dem Moment weißt du ja einmal, okay, der Preis geht nicht, aber du weißt ja auch, ich kann dieser Menschen helfen, wenn du die jetzt überzeugt bekommst, weil die haben ja Geldprobleme, du weißt, du kriegst das verkauft für den richtigen Preis. So und dann, diese Rolle darfst du halt nicht verraten. Ja, genau, weil dann begeht man ja auch am Ende des Tages, macht man ja einen sehr entscheidenden großen Fehler, weil man weiß ja im Prinzip für die 700, die Frage ist, ob das Bewusstsein wirklich jeder hat, ob das Bewusstsein wirklich jeder hat, dass ihm klar ist, dass er das eben nicht hinkriegt zu den 700 und dann nicht irgendwie so, ich nenne es ja so, Hoffnung ist die Wiese, auf der die Narren grasen. So das heißt nicht doch, vielleicht klappt es ja doch irgendwie mit den 700. Meinst du jetzt aus Verkäufer- oder Maklersicht? Aus Maklersicht, dass er dadurch dann schwach wird, auf die 700 drauf geht und am Ende des Tages den Auftrag macht. Ja, man versucht sich das dann so wegzurationalisieren, sich selber, um jetzt irgendwie sich selber noch ein gutes Gefühl zu geben, wenn man den Auftrag jetzt abschließt. Ja, ja, genau. Obwohl man eigentlich, so innerlich weiß man doch, dass man drei Wochen später in der Nachverhandlung, Preis-Nachverhandlung sitzt. Ja, oder zwei Monate später, ist ja auch scheißegal. Aber dann sage ich halt einfach, bist du halt ein Arschloch. Sorry, bist du ein Arschloch. Hast die Leute angelogen. Wenn du es doch eh schon weißt. Ja. Und wenn man es nicht weiß, muss man es, man muss es aber wissen, weil dann muss man mal am Thema Ausbildung anfangen. Dann muss man wirklich am Thema Ausbildung anfangen, weil Nichtwissen ist Dummheit. Ja, das heißt also, am Ende des Tages muss man in der Lage sein, eine Immobilie richtig einzuschätzen. Einzuschätzen, richtig einzuschätzen. Ja, und wir haben ja diese Strategie, diese Mehrstopp-Strategie, nenne ich sie jetzt mal. Ist ja auch völlig wurscht. Aber am Ende des Tages, selbst wenn das im zweiten Gespräch erst klar wird, die rauskommt, muss ich aber trotzdem, wenn der Kunde eine Aussage tätigt, genau hinterfragen, warum, weshalb, wieso, was ist der Background und verstehen, dass ich ein Verstehen habe und den Kunden nachvollziehen kann. Ja. Oder? Ja. Was aus meiner Sicht auch noch ein wichtiges Thema ist, ist, ich kann nur dann wirklich, aus meiner Sicht, würde mich mal interessieren, was du darüber denkst, ich kann aber nur wirklich Interesse an den anderen Menschen oder an der Person haben, wenn ich auch bereit bin, du hast das gerade so schön mit der Reaktion gesagt, wenn ich bereit bin, das zu lassen, was er hat in dem Moment. Weißt du, wie ich meine? Also den nicht jetzt manipulieren oder verdrehen zu wollen, sondern einfach mal das so zur Kenntnis zu nehmen, wie es ist. Oder wie siehst du das? Ja, für den Moment schon. Ja, klar. Für den Moment auf jeden Fall. Du musst aber dann natürlich schon versuchen, da die Person heranzuführen, aber auch eben nicht, indem du sie manipulierst, sondern indem, dass du ihm eigentlich nur die Realität aufzeigst. Dass du ihm richtige, gute Daten wiedergibst, gute Infos gibst. Genau, dass du ihm einfach gute Infos gibst. Aber das klappt ja nur, wenn du erst mal bereit bist, nachzuvollziehen, was der wirklich will. Ja, ja, 100%. Geht ja gar nicht anders. Und was, vielleicht so als Letzt, was glaubst du, war es, ich glaube, so viele versuchen ja so mit Tricks irgendwie zu arbeiten, wie zum Beispiel jeden Auftrag annehmen eben. Ja, habe ich ja gerade gesagt. Hast du gerade schon gesagt. So, was hältst du denn generell von Tricks? Gar nichts. Weil Tricks können ja nie Teil eines Prozesses sein. Das ist ja Schwachsinn. Du kannst ja nicht Tricks abverwenden oder in deinen Prozess einbauen. Weil dann hast du in dem Business nichts zu suchen am Ende des Tages. Und ich habe ja eingangs gesagt, ein guter Verkäufer hat ein klares System, nach dem er arbeitet, und dann, dass er sich hält. Und das bleibt auch immer das Gleiche. Und in dem Falle, wenn du Tricks anwendest, weichst du ja von deinem eigenen Prozess ab. Ja. Also halte ich einfach nichts von. Zumindest, wenn das so Tricks sind, die halt die Leute irgendwie so ein bisschen umgehen. Das mag ich nicht, klar. Wenn das jetzt aber andere Tricks sind, sag ich mal, wo du weißt, das hilft einfach dem Verkauf und am Ende auch, dass die Leute überzeugt werden, ohne dass du denen aber Müll erzählst, dann hat ja jeder Verkäufer so seine Tools, seine bestimmten Einwandbehandlungen, die er angeht oder wie er das angeht. Das ist vollkommen okay. Kommt halt immer auf das, was ist es dann am Ende an. Wie wichtig ist aus deiner Sicht Üben, Training? Unfassbar. Eigentlich das Allerwichtigste. Also die Routine ist sehr, sehr entscheidend, das ist sehr, sehr oft gemacht zu haben im Vorfeld, bevor du es dann machst, wo es um Geld geht. Also das heißt ja, ich weiß ja, wie es die meisten Makler machen. Die gehen ja einfach raus und haben ja wenig Betrachtung auf dieses Thema und machen das einfach irgendwie. Und was würdest du da empfehlen? Was wäre denn richtig? Nochmal richtig. Also wenn ich jetzt sozusagen ein System habe, einen Leitfaden habe, dann gehen ja die meisten einfach raus zum Kunden und machen das. Ja, so in der Praxis direkt. Ja. So. Und was wäre denn aus deiner Sicht richtig? Also wie, wenn ich jetzt einen Leitfaden habe, wenn ich ein System habe, wie muss ich denn vorgehen, damit ich wirklich beim Kunden in der Lage bin, das perfekt umzusetzen? Professionell. Also das Perfekt kann man so nicht sagen, weil es hat ja auch mit individuellen Qualitäten zu tun. Wie schnell lernst du? Wie gut? Also so pauschal zu sagen ist schwer. Aber du solltest auf jeden Fall die Bausteine, die einzelnen Textbausteine, die in deiner Gesprächsführung vorkommen, die solltest du einfach beherrschen im Vorfeld, auswendig am besten, sodass du die, wenn die kommen, dass du die wie aus der Pistole geschossen auch kannst. Also dass es nicht so robotermäßig kommt. Genau. Und auch nicht dann ins Stottern oder in, weiß ich nicht, dass dann so komische Momente kommen, wo du jetzt nicht weißt, wie du weitermachst. Das ist halt dann nicht zielführend. Aber wenn ich jetzt so ein Quereinsteiger bin und gehe jetzt da raus, was würdest du denn sagen, wie viele Gespräche muss ich trainieren im Vorfeld? Also ich sage jetzt mal gerade in der Vorbereitung, in der Theorie, also kalt, sage ich jetzt mal, ohne beim Kunden zu sitzen. Was würdest du da sagen? Wie viel muss ich da trainiert haben, um überhaupt zum Kunden zu können? Also ich sage mindestens 100 Mal. Mindestens 100 Mal. Ja, also der Punkt ist der, wir haben ja vom Ablauf her, ich sage wirklich selber mit sich trainieren. Da kann man zum Beispiel ein super Tonband nehmen, also beziehungsweise nicht Tonaufnahmegerät. Ja, und dann sucht man sich einen Partner. Ja, einfach Smartphone, Aufnahme-App, Memo. Genau, und dann sucht man sich einen Partner, mit dem man spricht. Und bei uns im Coaching ist das natürlich relativ einfach, weil da kann man sich halt einen Partner suchen, der auf einer ähnlichen Stufe ist. Und mit dem kann man dann üben, via Zoom, egal woher der kommt. Das ist natürlich ziemlich cool, wenn man bei uns in der Community ist. Und dann ist dann irgendwann mal der Punkt, wo man rausgeht. Ja, genau. Aber eine Sache noch zum Abschluss. Also wir können da ganz lange drüber reden und können da auch nochmal eine Folge zu machen. Aber jetzt zum Abschluss, weil ich jetzt gleich einen Termin habe. Das, was ich am allerlustigsten finde, und da sollte sich jetzt jeder selber mal hinterfragen. Ja, einfach als Abschluss so ein bisschen was zum Nachdenken. Wenn bei mir, wenn mir Leute erzählen, wie scheiße ihr Business läuft, weil sie seit einem halben Jahr kein Objekt mehr verkauft bekommen haben und auch keins mehr eingekauft haben, also keinen neuen Auftrag generiert bekommen, weil immer irgendwie andere Makler den Shot bekommen. Wie oft hörst du das? Schon sehr, sehr oft. Also locker zweimal am Tag. Haben andere Makler den Shot bekommen oder es hat irgendwo ran gelegen, dass wieder der Auftrag nicht gemacht worden ist oder was auch immer. Und dann bei mir sitzen und dann den Einwand bringen, ja, ich muss nochmal drüber nachdenken. Wenn es darum geht, bei mir einen Auftrag abzuschließen. Ja. Ich weiß, wie ich damit umgehe. Ich kriege die so oder so. Aber stellt euch mal die Frage, wenn ihr doch selber das Mindset habt, dass ihr immer über alles nachdenken müsst, selber keine Entscheidung über euer Leben, über euren Erfolg, über eure Zukunft treffen könnt, dann dürft ihr das auch niemals von euren Kunden erwarten. Und dann beschwert euch bitte auch wirklich nicht darüber, dass wenn immer die anderen Makler die Aufträge kriegen. Naja, die wichtigste Voraussetzung eben von Verbesserung ist halt die Bereitschaft zu haben, etwas zu verbessern. Ja, richtig. Und der Kunde ist ja generell bereit, sonst wird er sich ja mit mir nicht unterhalten. Also er hat ja die Bereitschaft. Nee, aber darum geht es gar nicht. Es geht mir einfach darum, du kriegst immer das gespiegelt, was du selber gibst. Das heißt, wenn du selber zum Beispiel angerufen wirst von Leuten, die dich von ihrer Dienstleistung überzeugen wollen und du sagst, scheiß Verkäufer, ich will nicht, lass mich in Ruhe, dann brauchst du auch selber nie mit der Akquise anfangen über das Telefon, weil dann wird es bei dir auch nicht funktionieren. Ja, weil du kriegst das komplett zurück. Ja, auf dem Silbertablett kriegst du das Wort für Wort zurück. Genauso. Und auch hundertmal. Es wird nie klappen. Fangst gar nicht erst an. Genauso auch in der Einkaufssituation, im Einkaufsgespräch mit den Eigentümern. Wenn du selber keine Entscheidung über Geld treffen kannst, Geld zu investieren in dein Business, dann versuche auch nicht, Leute davon zu überzeugen, Geld in dich und deine Dienstleistung zu investieren. Ja. Das wird nicht funktionieren. Klar, auch ein blindes Huhn findet man Korn. Du wirst dann auch mal ein bisschen Geld zwischendurch verdienen, aber auch nur alle drei Monate ein. Ja gut, klar. Ich meine, wenn man Verwirrung hat, wenn man Zweifel hat, wenn man eigentlich sich gar nicht wirklich sicher ist, ob nicht sicher ist in seinem Business, dann ist natürlich klar, dann wie soll das auch funktionieren? Dann sitzt du ja auch immer mit angezogener Handbremse beim Kunden. Und das Schöne und die gute Botschaft ist, dass wir ja Lösungen auch dafür haben. Das heißt, wir bringen ja unsere Kunden wirklich auch da durch. Und die einzelnen, ich nenne das jetzt mal Phasen, so die jeder Mensch ja hat, da bringen wir unsere Kunden ja auch durch. Und natürlich ist jeder mal in einem Punkt, wo man vielleicht irgendwie einfach unsicher ist. So, aber da eben genau an der Stelle Leute zu haben, die einem helfen, so wie wir auch Leute haben, die uns, wenn wir mal irgendwo Hilfe brauchen, da haben wir auch unsere Leute und so weiter. Und das ist etwas, was in dem Business sehr, sehr wichtig ist, sich eben eine Umgebung zu schaffen, die dafür, wie soll man sagen, die richtige Umgebung zu schaffen, um eben eine coole Performance zu liefern. Weil wir wollen ja alle Spaß haben. Und Spaß haben wir dann, wenn wir Ergebnisse erzielen, oder? Auf jeden Fall. In diesem Sinne, Peace. Ciao.